Moin, da bin ich wieder, zurück aus dem dreiwöchigen Urlaub und in diesem Video möchte ich euch einfach nur, ich kann schon gar nicht mehr richtig sprechen und ihr hört auch, ich bin so ein klein bisschen erkältet. Ja, irgendwie schaffe ich es nie aus dem Urlaub zurück zu kommen, ohne nicht eine Erkältung mitzuschleppen. Liegt halt an diesen bescheuerten Klimaanlagen, die auf minus 800 Grad gedreht werden, aber sonst schwitzt man sich ja auch im Schlaf zu Tode, nech? Die letzten drei Wochen war ich nicht da, wie ihr festgestellt habt. Ich habe aber dafür jeweils drei Videos pro Woche für euch bereitgestellt, die ihr dann euch eingucken konntet. Wenn ihr sie kommentiert habt, ich hatte noch nicht die Möglichkeit, aufgrund des fehlenden Internets, mir eure Kommentare anzuschauen. Das werde ich tatsächlich alles noch nachholen und ich werde jetzt wieder anfangen, die Sendung zu produzieren, damit alles seinen gewohnten Gang läuft. Was habe ich also vor, was wird diese Woche passieren, damit ihr mal einen Ausblick habt, was jetzt wieder kommt, damit ihr auch einen Fahrplan habt, wie es mit DICE denn so weitergeht. Also, morgen am Dienstag, da ja keine Sendung DICE am Sonntag lief, werde ich dort wieder eine alte Magabotato-Folge hochladen. Wenn ihr Magabotato noch nicht kennt, solltet ihr euch die definitiv angucken, weil das ist im Endeffekt der Vorgänger von DICE. Also auch ganz viel Tabletop-Kram mit Tutorials, allem drum und dran und noch mit ein bisschen Humor dabei, was bei DICE ja viel zu kurz kommt. Viel, viel zu kurz. Solltet ihr ein Fan der alten Magabotato-Sendung schon sein, dann schreibt mir doch mal jetzt in die Kommentare, welche Sendung ich morgen hochladen soll. Und die, die am meisten Stimmen hat, werde ich da morgen hochladen, wenn sie nicht schon online ist. So, dann natürlich am Donnerstag wird es wieder ein Vlog geben. Da gucke ich mal nach dem Thema, welches, das werde ich spontan und wie immer kurzzeitig, werde ich herausfinden, welches Thema mich denn so beschäftigt im Hobby-Bereich. Also, vielleicht wird es einfach nur ein Vlog zu meinem aktuellen Hobby. Oder ich werde, was wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ist, wieder eine weitere Gedankengrütze zu einem speziellen Thema bringen. Die Gedankengrütze kommt ja immer bei euch sehr, sehr gut an und hat ja im Endeffekt auch ähnliche Formate in dem Hobby-YouTube in Deutschland auch hervorgebracht, was mich sehr freut. Ja, Samstag ist dann wieder Re-Upload-Tag. Das heißt, ein Video, was die Leute, die es schon gemerkt haben, seit einiger Zeit, seit einem halben Jahr ist es nun mittlerweile so, dass ich samstags immer ein Video aus den alten Folgen rauskoppel und separat hochlade. Das mache ich aufgrund dessen, weil ich glaube, dass viele diese einzelnen Videos interessieren dürfte und dann irgendwie keinen Bock haben, sich durch die ganzen Sendungen zu wühlen. Daher wird am Samstag wieder ein Re-Upload-Video zur Verfügung stehen. Am Sonntag wird es dann auf Rocket Beans TV um 18 Uhr wieder die neue Folge von DICE geben. Das wird dann die Folge 67, müsste das sein. Ja, das müsste Folge 67 sein. Folge 67 von DICE wird dann am Sonntag um 18 Uhr auf Rocket Beans TV laufen und dann nimmt dann ab nächster Woche alles wieder seinen gewohnten Gang. Das heißt, ab Dienstag gibt es dann die Folge auf YouTube, am Donnerstag wieder ein Vlog und am Samstag ein Re-Upload. Ich hoffe, dass ich euch da jetzt wieder so ein bisschen in die DICE-Wild reinziehen konnte und dass ihr euch schon auf die ganzen neuen Videos freut. Ich werde oft gefragt, wie sieht es denn aus mit einem neuen Live-Malen. Ja, ein neues Live-Malen will ich auf jeden Fall machen. Jetzt habe ich tatsächlich die Möglichkeit, vielleicht, aber vielleicht auch nur, wird es spontan diese Woche ein neues Live-Malen geben. Kann ich euch aber noch nicht versprechen, weil wie gesagt, ich bin gestern Abend erst zurückgekommen, bin noch ein bisschen jacklagerig und muss mich eigentlich um die aktuelle Sendung jetzt kümmern, um einiges arbeitstechnisch aufzuholen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das organisieren kann. Schreibt einfach mal rein, wenn ihr Bock habt, am Donnerstagabend ein eventuelles, kein festes, ein eventuelles Live-Malen dabei zu sein. Ihr Skype habt, ihr eine Videokamera habt, mit der ihr bei Skype den Kram filmen könnt, den ihr bemalt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr dazu Bock und auch Zeit habt und dann schauen wir mal, ob wir da was hinkriegen. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich. Ich werde jetzt meiner Stimme und meiner Nase und vielleicht auch ein bisschen meinem Kopf kraft magar geben, indem ich ganz viel Teesüffel und werde mich jetzt ans Malen machen. Das gehört nämlich zur Sendungsvorbereitung dazu. Zum Glück habe ich jetzt ein bisschen Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den folgenden Videos in dieser Woche. Und ich werde jetzt mal nicht in die Sonne gehen, davon hatte ich genug. Ich meine, guck mal hier. Ein bisschen braun bin ich schon geworden, ne? Endlich mal eine gesunde Hautfarbe. Tschüss. 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 Vielen Dank.